Musik Weit vor der Nordostküste Australiens, bis zu 200 Kilometer vom Festland entfernt, bauen sich plötzlich riesige Brandungswellen auf. Sie bilden sich, weil ganz nah unter der Oberfläche eine rekordverdächtige Unterwasserlandschaft liegt. Sie gilt als eines der sieben Weltwunder der Natur. Das Great Barrier Reef. Mit seinem Farben- und Formenreichtum wirkt es wie ein Garten Eden. Fast 2300 Kilometer lang kann man es mit bloßem Auge aus dem Weltraum sehen. Die größte von Lebewesen geschaffene Struktur auf der Erde. Rund 8500 Tier- und Pflanzenarten hat man hier entdeckt. Manche sind außergewöhnlich schön, andere wie aus einem Horrorfilm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020